Hi Leute! In dem Video geht es um Selbstverantwortung. Und das halte ich für das Wichtigste überhaupt so, dass du die Verantwortung für alles übernimmst, was dir in deinem Leben geschieht. Für alles. Und damit meine ich wirklich komplett alles. Es ist kein anderer, es sind nicht die Umstände, es ist nicht das Umfeld daran schuld, was dir passiert oder ob du glücklich bist. Es ist der wichtigste Schritt, den jeder machen muss. Wenn du keine Selbstverantwortung übernimmst, dann kannst du keine Gesundheit erlangen, dann kannst du keine Freiheit haben. Du wirst dich immer als Opfer sehen. Man wird immer jedem die Verantwortlichkeit geben. Der Arzt soll dich gesund machen. Die Versicherung soll dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Deine Eltern sollen sich um dich kümmern. Deine Freunde. Dein Umfeld. Egal bei was. Heutzutage die meisten Leute schieben immer die Verantwortung ab. Und wenn man die Verantwortung abschiebt, kann man nicht gesund werden. Das ist die Grundvoraussetzung, dass Entwicklung stattfindet. Dass man die Verantwortung bei sich selbst sucht. Selbstverantwortung für seine Gesundheit. Und dann kann man auch Gesundheit erreichen. Das ist eben die Grundvoraussetzung. Wenn du zum Arzt gehst und meinst, der macht dich gesund, dann wirst du nicht gesund werden. Du musst was dafür tun. All diese Symptome, all die Ängste, all die Emotionen, die sind dazu da, damit du dich entwickelst. Entwickelst du. Vorher war was aufgewickelt, verknotet und du entwickelst dich. Und Selbstverantwortung bedeutet eben, wieder auf seinen Körper zu vertrauen, auch dass Heilungsprozesse Sinn haben. Dass Krankheit Sinn hat. Dass sie dir was sagen möchte. Vielleicht wie du durchs Leben gehst, wenn du dir das Bein brichst. Oder ähnliches. Kein Mensch kann dir helfen, gesund zu werden. Wenn du das nicht selbst möchtest. Ein Mensch kann dich immer nur dabei unterstützen. Kann dir helfen. Kann dir die Richtung zeigen. Den Weg musst du immer selbst gehen. Keiner wird den Weg für dich gehen. Es ist wie dieser buddhistische Vergleich. Du sollst den Finger, der auf dem Mond zeigt, nicht mit dem Mond vergleichen. Verwechseln. Also den Finger nicht mit dem Mond verwechseln. Und genau so kann dir eben jemand einfach die Richtung zeigen. Aber wenn du den Weg nicht gehst, du musst dann glauben, was der dir erzählt, was da am Ende vom Weg ist. Viele möchten immer einfach ankommen, irgendwas erreichen, ohne was dafür zu tun. Aber man muss sich eben mit seinen ganzen Ängsten konfrontieren, die verarbeiten, transformieren. Und dann kann man sich auch entwickeln. Und sobald ihr eure Verantwortung abgebt, meint, ihr gebt jetzt jemandem Geld dafür, dass der euch gesund macht, dann seid ihr auf dem Eheweg. Ihr könnt vielleicht zu jemandem gehen, der euch eben Tipps geben kann, der euch die Unterstützung, das nötige Umfeld für deine Entwicklung geben kann. Aber entwickeln musst du dich selbst. Genau. Gibt es auch so einen Spruch. Wie ging der nochmal genau? Vor irgendeiner Tür von Paracelsus oder so hat es gesagt, frag den Kranken erst, ob er bereit dazu ist, das, was ihn krank gemacht hat, aufzugeben. Und so ist es eben. Ihr könnt nicht nüchtern werden, indem ihr Wasser trinkt und nicht aufhört, Alkohol zu trinken. Ihr müsst auch aufhören, Alkohol zu trinken. Ihr müsst aufhören, die negativen Dinge zu konsumieren, die euch auch krank machen. Ja. Und dann nicht die Verantwortung bei irgendjemand anderem zu, bei den Umständen, dass die Autos sind schuld. Die Strahlung ist schuld. Das und das. Warum lebst du in so einer verstrahlten Welt? Warum lebst du in der Stadt? Warum setzt du dich dem selbst aus? Warum hast du Freunde, die die trinken, die, was weiß ich, ungesunde Sachen konsumieren? Warum, warum setzt du dich selber in so ein Umfeld rein? Ich verspreche dir, wenn du dich selbst änderst, wird sich das äußere Umfeld automatisch ändern. Wenn du dich von innen heraus entwickelst, dann wirst du nicht mehr in so einem Umfeld sein. Es wird sich anders entwickeln. Ganz automatisch. Aber dieser innere Wandel muss eben kommen. Und von außen kann man da nicht nichts machen. Der erste Schritt muss von innen kommen. Wahrer Wandel geschieht von innen raus. Genau. Und dann wird es aber auch so sein, dass man angstfrei irgendwann Leben lebt. Wenn ihr zum Beispiel mal Bücher von Walter Schaube lest, Paradieskost, da geht es jetzt um Ernährung. Irgendwann werden sich alle Ängste lösen. Alles wird rauskommen. Und es ist wirklich so, alles geht an Ängsten weg. Ihr seid komplett angstfrei. Da ist nichts mehr an Angst. Nicht vor dem Tod, nicht vor dem Leben. Nichts. Von nichts einfach. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, Verantwortung zu übernehmen. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.